Heute befinden wir uns im Salzraum in Heidelberg und heute möchte ich dir einmal ein bisschen was dazu erzählen, warum das Cello oder der Celloklang auf ganz viele Menschen eine ganz lösende, entspannende und tief berührende Wirkung hat. Das Cello als Vertreter der Streichinstrumentenfamilie wird dem Herzraum zugeordnet und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse ordnen diesem Herzzentrum tatsächlich eine ganz neue Bedeutung zu. Wenn du dich für Themen wie Bewusstseins- oder Energiearbeit, vielleicht auch Achtsamkeit oder sogar Spiritualität interessierst, dann hast du vielleicht in diesem Zusammenhang auch schon mal von dem Herzen als Zentrum gelesen, aus dem heraus wir sozusagen ganz bewusst erschaffen und die Dinge in unserem Leben kreieren. Und gerade hier in diesem Kontext kommt dem Cello eine besondere Bedeutung zu. Im Yoga ist oft vom Herz-Chakra die Rede. Und tatsächlich ist das Cello mit seinen tief wirkenden Klängen sogar in der Lage, tief sitzende, oft seit Jahren verschüttete Gefühle freizulegen bzw. an die Oberfläche zu bringen. Und gleichzeitig spendet der Klang des Channels aber auch Hoffnung, Trost und Ermutigung und kann dir dadurch bisher ungesehene seelische Ressourcen neu zur Verfügung stellen. Zum Beispiel in Form von Bildern, positiven Gefühlen oder angenehmen Körperempfindungen. Der Herr Dr. Peter Schneider, ein Physiker, Kirchenmusiker und MEG-Spezialist aus der Heidelberger Arbeitsgruppe, hat im Rahmen seiner Studie das Ergebnis veröffentlicht, dass besonders Obertonhörer sich für tiefe Melodieinstrumente wie zum Beispiel das Cello entscheiden. Das Cello ist sehr, sehr modulationsfähig. Zum Beispiel weist es die sehr, sehr tiefe, fast schon erhabene feierliche Klangregister auf, die ich dir hier mal ein bisschen angespielt habe. Es reicht aber über das Griffgritt sogar bis in sehr, sehr hohe, leidenschaftlich, bis hin zu exzessiv klingenden Lagen. Man kann sogar noch höher auf dem Cello spielen und dadurch wieder ganz, ganz andere Frequenzen auch in dir ansprechen. Abschließend kann man also sagen, dass das Cello eine ganz stark heilende Wirkung hat, dadurch, dass es in uns Emotionen anspricht, dadurch, dass es in uns etwas berührt und das ist tatsächlich mit Worten manchmal weniger einfach und leichter durch zum Beispiel Musik und ganz bestimmte Frequenzen. Ich hoffe, diese kleine Cello-Vorstellung heute hier aus diesem wunderschönen Salzraum in Heidelberg hat dir gefallen. Und wenn du Lust hast, Cello spielen von Null an in 90 Tagen zu lernen, dann bist du herzlich willkommen in meinem Kurs für erwachsene Cello-Anfänger. Bewerben kannst du dich, indem du einfach auf meine Internetseite www.cellospieling.com gehst. Den Link findest du unter diesem Video. Ich freue mich auf dich und würde mich auch sehr freuen, dich im nächsten Video mit begrüßen zu dürfen. Hab eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Tschüss, deine Luise.